Servus Leute, hier ist wieder euer Chernobyl. Zwei an der halben Sicht sagt der eine Kerle, ich kann nicht mehr, ich habe gestern Sohn hat einen Film geguckt, in dem die Ehefrau von einem Typen auf brutale Weise von einem Serienkiller ermordet wird. Der Sohn von dem bleibt als Krüppel zurück und in einer brutalen Wendung wird der Sohn auch noch entführt. Der Vater musste in den Führern tausende Kilometer hinterherjagen und unterstützt wurde nur von einer grenzten Behnfrau. Boah, sagt Anna, was ist das denn für ein geiler Film, der hört sich ja gut, aber was ist das denn für ein Film? Findet Nemo. Tschö.